Äh, ah! So, also, okay. Interessant! Schöne Idee! Na so. Haha! So. Geht doch. Ich glaube, ich gehe da durch. Ich glaube, ich muss da durch, ne? Ah, klasse. Äh, achso, da kann ich gefahrenlos durch. Ist auf der anderen Seite irgendwas? Ja. So. Ah, okay, ich verstehe. Wow. Jetzt kann ich wieder zurück. Jetzt kann ich hier durch. Keine Ahnung, warum der Maschinenraum jetzt stärker betrieben ist. Du kannst erst noch die Leblaben mit dem Machblitz überlassen. Okay. Aber ich dachte, ich soll verhindern, dass der kaputt geht. Hey, cool. Gründer Bagdad-Tank. Okay. Geh mal runter. So, Ebene 2. Ah. Mini-ATST. Wir können da durch. Ah. Okay. Gibt's hier auch so rein? Ja. Gut. Ah ja, stimmt. Du machst diese Raketen. Hä? Oh, diese perspektivische Verwirrung ist nicht nett. So. 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 Gut. Weiter geht's. Ja, das tut anscheinend weh. So. So geht's auch, genau. Bla bla bla, was haben wir denn hier? Ah ja, ich muss wieder ein bisschen überlasten. Auf der Seite auch? Ne, auf der Seite geht's einfach mal nicht. Okay. Jetzt geht's doch. Ja, ist klar. What? Was hast du denn auf einmal für Zuckungen? Für Probleme. Okay. Ich glaub, da geht's weiter, ne? Moment, wo geht's weiter? Da, okay. Dann geh ich da nicht lang. Warum kann ich jetzt zwei mit dem Machtblitz angreifen? Hab ich eben Macht... Ich hab einen Machtblitz geupgradet, ne? Letzt. Ja, hab ich, genau. So war das. Ey, ich kann bald Schieben upgraden. Yay! Freue ich mich. Freut sich das Herz von mir. Ja, toll, aber es bringt mir hier ja nicht so viel. Oder? Ne. Aua. Aua, Aua. Tut weh. Das muss doch Unsinn haben. Ach so, soll ich jetzt hier? Ja, toll, das bringt mir aber nichts. Gibt's hier einen Holocon? Gib es nicht. Das gibt es nicht. Das sagt das Spiel, ne. Das wollen wir nicht. Keine Ahnung, was das jetzt für einen Sinn hatte. Egal. Hat anscheinend gar keinen gehabt. Und jetzt? Hä? Muss ich das jetzt... Hä? Okay, da blicke ich nicht durch. Ich kann nicht mehr zurück. Gut, äh... Ah, okay, ich soll hier hoch. Ja, da gibt's schon mehr Sinn. Rup. 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 Okay. Wo geht's hier lang? In einem großen Hangar, anscheinend. Hangar. Ah, das ist der Maschinenraum. What the hell? Oh. Ah, jetzt bin ich wieder im Maschinenraum. Ah, das ist der Maschinenraum. Okay. Aha. Oh nein. Nein. Nicht im Ernst, oder? Ist jetzt nicht dein Ernst. Warum kann ich... Oh, ich hab falsch gesucht. Genau, so geht das. Und jetzt... Da durch. String? String. Ich geh einfach mal String machen. Was? Was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt schon wieder für ein Bug? Die Luft hat mich wieder getötet. Oh, diese scheiß Luft, man. Fuck you, Luft. So ein Arschloch, ey. Na klasse. Meine Machtwut ist fast voll. Dann erledige ich jetzt eigentlich... Hüttel dir den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. So, und jetzt dürfte eigentlich meine Macht wohl sein. Nicht. Schön. Was ist denn jetzt los? Aua. Uhrensohn. Es wird dir schlecht ergehen, wenn du es so weiter machst. Warum hängen da unsichtbare Lichtschwecken? Aha. Keine Ahnung, was in Deutsch passiert ist. Das wird was Gutes gewesen sein. Yeah. Ja. Das finde ich doch gut. Das mag ich. Waaah. Ja. Hey, warum geht das denn? Ah, geht doch. Das ist ja ja viel gebracht jetzt. Das ist doch so unfair. Windows! Meine Fresse, ey. Wechselt einfach mal immer wieder zum Desktop. Ohne Grund. Ey, Windows ist der bekloppteste Scheiß, den es echt gibt. Es gibt nichts Schlimmeres. Sogar Treyarch oder Infinity Ward ist nichts im Vergleich zu Winfick. Echt. Äh, ich bin da einfach mal durchgekommen. Okay. Let me be. Warum leben die eigentlich immer noch? Was ist das für ein Bug? Einfach mal wieder zum Leben auferstehen, ne? Ja, ist klar. Nix da, Freunde. Ach genau, ich mach einfach Raketen. Ah, ja genau. Schieß einfach mal. Ja, er wehrt's wieder nicht ab. Oh, warum schießt der? Hey, du kommst mir zu nah, Junge. So, und jetzt, bam. Das war der letzte. Los, Bewegung! Du hast mir gar nichts zu befehlen, Alter. Ey, cool! Me likes! Was kriegt ich? Irgendwas, was ich schon hab. Meditation. Stell den Machtenergie bei jedem Schlag wieder her. Hmmm. Echt jetzt? Echt jetzt? Hört sich nice an! Moment. Ich hab Korrosion. Und ich hab Schutz. Ich nehm's einfach mal, oder? Ach komm, ne. Komm. Ist doch lame. Ich will mehr Schutz haben. Ich will weniger sterben. Weniger sterben ist gut. Wenn ich tot bringe, bringt mir mehr. Macht Energie auch nix. Will ich meinen. Oh, geht hier ab. Bin ich jetzt wieder hier? Ah, ich weiß, wo ich bin! Ahaha, genau! Ich weiß wieder, wo ich bin. Hier bei diesem komischen Geburt. Lass mich. Nein! Oh Gott. Ähm. Die Steuerung ist doch super. Das Laden ging jetzt aber schnell. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ach so! Wow. Die kann man so nicht töten. Das ist ja dumm. Aua! Wer greift mich an? Na toll. Wow. Close. So. Machtkraft-Upgrade. Yay! Da freut sich mein Herz. Yay! Bärma! Bärma! Was haben wir denn hier? Muss hier hin? Ja, muss ich. Dann gehe ich hier natürlich nicht hin. Logisch. Ich mach jetzt was. Bin ich nicht pro, habe ich jetzt voll den Weg gespart. Wo sind meine Energieteile? Diesen weg! Die müssen eigentlich hier drin sein, aber sind sie nicht. Die sind weg! Die Imperialen haben sie gestohlen! Nein! Ich bring euch um! Bam, 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 bam! Damit bring ich euch um! Laaaaaah! Ich fand's lustig. Das muss jetzt sein. Äh. Ja. Ich kann ihn nicht selektieren. Scheint ein Bug zu sein. Ja, dann mach ich's halt nicht. Dann mach ich's auf die. Darf ich ihn auch selektieren? Den kann ich auch nicht selektieren. Doch, kann ich. Hä? Cheater! Hä? Genau, mach keinen Doppelsprung! Äh. Was ist das denn für ein Homo? Frost hier macht einfach mal keinen Doppelsprung. Denkt sich... Nöööö Mennia kann mich mal am Arsch framework jetzt. Mach ich nicht! Was ist er denn für ein Arschloch, ey? Der soll mal gefälligst machen, was ich sag. Nicht, was er will, ey. Schlecht? Wie kommen die bitte hier rein? Das ergibt null Sinn, aber ist nicht schlimm. Klar, bohrt sich durch die gesamte Hülle des Schiffs und kommt einfach mal mitten zu dem Gang, wo ich bin. Ja, klar. Und das soll ein Zufall sein. Sind das jetzt Feuerdinger, weil die so rot sind? Ich will jetzt gucken, Moment. Ja, das ist ein Feuerdinger, guck mal. Ja, der hat so ein... Ja, genau, der ist so ein Feuerdinger. Aber der kann mich damit schlecht in Brand stecken, irgendwie. Will ich mal meinen. Naja. Au. Schlag einfach mal zu, wo du gar nicht weißt, dass ich gerade komme. Oder vorab zu kommen. Also nicht auf die Art, die ihr jetzt denkt. Sondern das andere kommt. Das Kommen, womit man geht. Das, was mit Gehen zu tun hat. Und Laufen und so. Nicht das andere. Äh, der ist so unfair. Wie soll man den denn bitte besiegen? Der schlägt so oft. So. Äh, 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 äh. And now you're dead, Beach. Aha. Er entflammt sich selbst. Intelligenz-Bestie. Das musste gesagt werden. Oh yeah, schon wieder ein Schwertkostal. Verbrennung. Hört sich nice an. Ermöglicht dir, deine Kinder in Brand zu stecken. Ah. Hört sich nice an. Mach auf neben. Das ist jetzt meine... Ich mach dich tot Mischung. Aber das ist nicht meine... Ich überlebe lange Mischung. Deswegen muss ich aufpassen jetzt. Ich will's testen. Aber, ja, es ergibt Sinn, dass der, äh, das halt gekriegt. Dass der das in seiner Kapsle hatte, ne? Schon. Hä, was war das denn jetzt für ein Bug? So. Auf dich selbst. Ich seh jetzt noch nix von den Brand stecken, aber ist nicht schlimm. Aua. So, mal gucken. Kann ich den jetzt damit schneller erledigen? Aua. Ey. Was hat der denn für einen Reaction-Hack, ey? Oh, der schlägt viel zu oft zu. Der ist so unfair. Ja, ist klar. Ich hab's gedrückt. Ey, weiße. Auf so scheiß Bosse kann ich verzichten. Ganz im Ernst. Ja, ist klar. Einfach mal ne andere Taste. Ja. Ey, der Boss ist so verbuggt. Ich töte ihn jetzt normal. Ich spiel nicht gegen verbuggte Gegner. So. Kann's mich mal, ey. Was war das denn für ein scheiß Bug? So, wo muss ich hin? Da lang. Ja, dann geh ich da nicht lang. Ja, dann geh ich da nicht lang. Vielen Dank.